hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einer neuen folge assassin's creed origins sollte dir die folge gefallen denk dran support ist kein mord unterstütze mich und meinen kanal indem du diese folge likes kommentiert ja und eventuell bei deinen freunden in den sozialen netzwerken teils was ist denn hier los massenveranstaltung pferderennen auf jeden fall was los ganz schön was los 2 auf 1 streich haben wir schon mal getroffen ja okay da kommt man nicht viel zu sagen furchtbar traurig ich bin aber eure leben gehören nun mir da ist der aussichtsturm wunderhübsch bericht zur bausubstanz ich habe den großteil des tages damit verbracht den horus wachturm zu begutachten und ich muss sagen dass mich die fehlende genauigkeit beim bau dieses turms sehr beunruhigt es wird noch jemand verletzt oder kommt ums leben wenn nichts getan wird um die bausubstanz zu verfestigen jetzt vermisse ich die zeit als ich vorarbeiterin nito in von litopolis gearbeitet habe bei ihr gab es immerhin die richtige baunorben ich verdoppele morgen die stützbalken nur um sicher zu gehen ok gucken nicht dass der turm noch und dann unter uns zusammenbricht werden wir jetzt hier hochkackseln da ist die feste zu der wir jetzt hinwollen was ist denn das ich denke die feste verschiebt sich noch für einen moment dann gibt es noch eine quest aber erstmal die dieser verlassene tempel oder was hat immer das auch ist was erwartet uns hier sehen da ist auf jeden fall nie pferd noch ein anderer dickhäuter ok es ist ein von tieren bevölkerter tempel ruine oder whatever ok schläft tief und fest das tierchen scheint tot zu sein hat sich was das sind ja sehr sehr plumpen tiere wenn man sie sich so ansieht aber wenn man die einmal schwimmen gesehen hat es sind im wasser extrem elegante tierchen auch wieder der skorpion den haben wir schon sehr kids kult ist dafür verantwortlich sonst noch irgendwas was wir hier entdecken können den schatz wir müssen noch einen schatz plündern ok das ist ein weg nach unten das ist ein weg das ist ein weg moment war da noch ein extra durchgang oder habe ich mich geirrt problem ist dass man bei dem trüben wasser nur sehr sehr wenig sieht aber das seht ihr selbst ich habe mich wahrscheinlich geirrt und wir können irgendwas aufwerten schauen wir mal bei der ausrüstung wir könnten wählen zwischen unserem brustschutz oder unserer hilfsmittel tasche erhöht die menge die maximale menge an hilfsmitteln gesundheit ist mir wichtiger so sind wir hier richtig sperrgebiet ok nikon posten den werden wir als nächstes anstreben hier waren wir glaube ich ist die nikon feste es sind zwei ok dann haben wir zweimal die kuh sehen darf ich um den tanz bitten erleichtert sich naja lassen wir ihnen sich mal erleichtern eigentlich war das mein plan gewesen gut schlöckelamm diese zone ist tabu so sollten sie zurückkommen ich sammle die truppen flieh ihr narren manu waren hier im zelt alles klar kein brief ok gut gucken wir mal da die muss ja auch noch es liegt noch was da ja na groß maul ja komm zu mir lauf ins wasser lösche dich selbst brennt ihr der pelz im wahrsten sinne des wortes ja nun sollte hier nicht noch eigentlich ja lässt sich nichts auffüllen nichts verbessern nein okay okay da sind wir auch schon direkt bei der feste was sagt die zeit 13 minuten wir haben also mehr als genug zeit diese imposante fest zu erkunden und ein paar gegnern das fürchten zu lehren er geht so langsam und trotzdem haben wir nicht genug er heilt sich auf jeden fall haben wir hier eine ganze menge an arbeit hier war doch irgendwo vorhin noch eine anzeige dass es hier noch eine quest gibt hier hmm was ist den hätte ich mir sparen können lag eh schon in seinen letzten zügen aber egal da oben der bobi hat mich gesehen aber kein problem der wird uns gleich schon wieder aus den augen verlieren hoffe ich zumindest war wohl nicht so dass hier sicher ist was ja na gut dann halt nicht muss ich dich auf einen anderen wege beseitigen nichts ich werde mich trotzdem vorsehen mach das was 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 Oh. Da haben wir einen Graben. Da haben wir einen weiteren Wachposten. Er da oben ist weg. Hey, was? Alter. Das war so nicht gedacht. Das war so nicht. Da oben ist noch einer. Das war so nicht. Nicht so ungut, Bubi. Ne, da treffe ich nur wieder die Mauer. Was? Bist du schon müde? Du hättest nicht. Wir gehören. Was war das denn? Keine Ahnung. Pieps. Ich würde die Dinger ja am liebsten zerstören, wenn ich ehrlich bin, aber bis jetzt konnte ich immer nur Fallen legen. Und ich habe diese Fallen noch nie in Aktion gesehen. Aber was? Vielleicht eines Tages mal. Ja, bis der tot ist. Junge, du stinkst ganz gewaltig. Ah, like a boss. Leider ist die Kiste im... Ich kann's kaum erwarten, dass wir wieder Steuern eintreiben gehen. Ach, ich hasse es, durch die Gegend zu reiten und den Menschen nachzujagen. Ah, sieh es doch mal anders. Denk an die Möglichkeiten, die du außerhalb von Nikio hast. Der wird sich noch das Genick... Hey, was? Erbärmlich. Das wird einfach. Ach, mir entkommt keiner. Habe ich ihn denn jetzt nur getroffen? Wo? Ungefähr hier war es. Eine Spur? Bisher? So langsam! Da bist du ja! Ich schlitzel dich auf! Hörst du nicht? Hörst du nicht? Hörst du nicht? Na, wo bist du hin? Ich hab dich doch gerade noch gesehen. Ja. Hey! Da bist du ja! Ja, du Idiot. Mach das! So, gucken wir mal! Wer hat mich denn jetzt gesehen? Du lebst noch? Du lebst noch? Hey, was? Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Denn... Ich! 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 Ja! etwas kann mich den hier wegtragen er stört mich da fahrrad die duale hr die menschen fahrrad das ist ein besonderes die göttliche auch hier so gültig ich danke dir ich muss hier verschwinden stelle meises schwein ich spreng dich auf so ein hauptmann haben wir noch übrig wer sich mit uns das war's wir haben dich mich wir haben die mich jetzt gesehen ich spreng dich um alter bist du müde aber nein wenn du unter klettert das kletter ich rauf sie meinen hatte das jetzt mal gerechnet hier hatte wir kriegen diese halunken und beenden das hey was ich glaube da ist irgendwas kommt der hinterlauf da ist nichts ok dankeschön sooo verdammt was ich spreng dich um ich sammle die truppen na komm wo ist er denn hin bin ich jetzt ganz mich schon der war doch alle noch hier gewesen naja egal hey wer bist du ich bin niemand ich bin der sohn von niemand und du kennst mich auch nicht oh ich bin's du kannst nicht fliehen ich bin's du kannst nicht fliehen da bist du ja was dankeschön gut wir machen jetzt gerade ein auf thomas gottschalk wir überziehen das macht aber nichts wir haben hier noch definitiv das ein oder andere vor zu tun wir müssen noch zwei schätze plündern während die hauptleute bereits alle tot sind da ist nur einer es sei unterirdischer gang gut laufen wir erstmal dahin drei von vier eine waffel bereit Hey! Ernsthaft jetzt! Was? Haha, zu langsam! Findest du? Hab dich! Oh! Alles klar, alles voll! So, einen Schatz haben wir noch vollständig unentdeckt. Ja? Ernsthaft? Nur noch dort? Ops! Hey, was? Da! Sehr schön, was haben wir denn da? Oh, da ist noch ein Ausrufezeichen. Da gehen wir direkt mal hin. Oh! Okay, in die Richtung brauchen wir nicht, oder? Haben wir die echt übersehen? Die Statue? Und da tatsächlich eine Quest? Oh! Oh! Nun gut, Freunde, aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao! Ciao, ciao!